Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Und es sind eben doch auch manchmal so die mittelgroßen Sets bei Lego, die eine besondere Aufmerksamkeit verdienen. Und so ist es auch meines Nachens hier, weil dieses Set finde ich auf den ersten Blick und bisher auch auf den zweiten ziemlich cool. Wenn auch, kommen wir gleich zu, preislich jetzt, ah ja. Aber dafür ist es zumindest gesamtpreislich noch so, dass man vielleicht mal auf die Idee kommen könnte, es mit Rabatt mitzunehmen. Wir reden über die Piranha-Pflanze aus der Super-Mario-Welt. Da ist es ja ein bisschen ruhig geworden in letzter Zeit. Wir haben ja nun, glaube ich, mehr oder mehr auch bestätigt, glaube ich, dass es damit so langsam zum Ende geht. Und schon die letzten Sets, auch wenn da Donkey Kong da reingekommen ist, haben ihn nicht mehr so wirklich abgeholt. Aber, und da haben wir in den letzten Jahren immer mal wieder so ein Super-Mario-Set gehabt, was dann nochmal besonders rausstach. Und diese Sets waren dann leider auch relativ teuer. Aber, das ist hier zumindest eher mal ein Set, was vielleicht der ein oder andere Super-Mario-Fan mitnehmen könnte. Kommen wir doch zu den Rahmendaten. 540 Teile sind es, allerdings auch für 64,99 Teilepreis von über 12 Cent also. Allerdings, trotzdem, nachher vielleicht mit Rabatt unter 50 Euro, könnte das, glaube ich, den einen oder anderen Super-Mario-Spieler und auch Mario-Kart-Spieler doch zum Kauf vielleicht veranlassen. Weil, das sieht einfach cool aus, finde ich. Das ist diese Piranha-Pflanze, wie sie einen ja dann auch gerne mal von der Seite angräbt. Und auch bei, ich kenne es vor allem von Mario-Kart, wie die dann auf der Strecke gerne mal so schnappt und versucht einen ja dann hin zu, also ja, zu schaden. Und so ist die, finde ich, hier auch ziemlich cool geworden. Mit dieser Röhre unten drunter, dann dazu so ein paar stachelige Blätter mit neuen, zumindest in dieser Farbe so vorhandenen Teilchen. Und dann ein großer Kopf mit spitzen Zähnen und auch dieser leicht, ja, pinken, beziehungsweise rosa Zunge, die da drin ist. Und wir sehen hier auch neue Rundelemente, die es zwar schon mal in Rot gab, aber hier immerhin jetzt bedruckt mit weißem Punkt. Also, kann man sich auch einen schönen Fliegenpilz oder was dann draus basteln. Dazu noch hier so eine große weiße Lippe drumherum und schon fertig ist, wie ich finde, ein wirklich cooler Variante der Piranha-Pflanze. Sie wird übrigens immerhin 23 Zentimeter hoch sein, 11 Zentimeter breit und 17 Zentimeter tief. Das ist jetzt auch nicht riesig. Wir sehen aber hier, wir können auch ein bisschen die Lage ändern. Also hier sehen wir schon, da haben wir ihn jetzt mal ein bisschen schiefgelegt. Die Blätter sind hier an Kugel-Elementen, das heißt, da kann auch umgelegt werden und der Kopf scheint sich also auch drehbar zu sein. Da kann man seine Lieblingspose dann auch einstellen. Witzigerweise steht hier, ja genau, 23 Zentimeter, das was ich gesagt habe. 23 Zentimeter hoch, genau. Hier sehen wir die Rückseite der Packung oder da kann man, das ist auch, finde ich, eine schöne so, ja, was weiß ich, Haltung. Die ist süß, die finde ich auch cool, weil das nochmal eine ganz andere Position ist von diesem kleinen Teilchen. Also, ja, cool. Cooles, nettes Set und dann können wir, wenn wir wollen, das Ganze übrigens noch als Spardose benutzen. Das hat noch einen besonderen Gag, den sehen wir hier. Da kann man wohl irgendwie eine Münze einführen. Zwei Münzen sind dabei. Ja, und wie kriegen wir die wieder raus? Das ganze Modell runterwerfen? Nein, wir drücken unten am Fuß und dann öffnet sich wohl eine Klappe und die Münzen fallen wieder raus. Wie gesagt, zwei Münzen sind dabei. Das Maul lässt sich auch öffnen und schließen, das sahen wir auch. Ja, da sehen wir es nochmal offen. Ist immerhin auch, glaube ich, ganz interessant gebaut. Hier sehen wir mit auch so einigen Technikelementen, die dann da drin stecken, was einen schönen Innenmund macht. Da freut sich doch der Zahnarzt. Jo, und so sieht das Ganze aus, wenn wir es dann ins Regal stellen. Und grün auf grün, dazu noch grün, einfach so aufgeklappt, wenn das hier so ein Notizbuch aus grün. Und egal, wir wollen uns ja nicht mehr, also ist auch irgendwie schön. So, was sagt ihr denn dazu? Ich finde das Ding ziemlich cool gelungen. Mal sehen, man muss es natürlich, wie heißt es immer so schön, auch nochmal dabei gewesen sein, beziehungsweise in echt gesehen haben. Und wenn es dann tatsächlich vielleicht mal im Angebot so deutlich unter 50 Euro, da, glaube ich, kommt man eher mal ins Überlegen, so etwas zu kaufen, als diese 200, 300 Euro Großsets. Ja, wo man dann doch schon, glaube ich, viel mehr ins Grübeln kommt. Obwohl der Teilepreis natürlich auch hier nicht geschenkt ist. Jo, wir sehen, wir sind am Ende. Das war's, kurzer Eindruck. Und dann sehen wir und hören wir uns sehr bald wieder. Nämlich erstmal wieder mit dem Live-Event rund um die Lego Masters Folge Nummer 4 am Freitagabend. Allerdings diesmal schon um 22.20 Uhr. Die Sendung ist ein Tick kürzer als die letzten Male. Und dann geht es für mich nach Skerbeck. Und wer dort ist am Sonntag, ja, dann sehen wir uns. Bis denn und tschüss.